Hallo und willkommen zurück bei Shakes & Fidget. Es ist 0 Uhr, wir müssen hier schnell unsere Kämpfe machen. Ich warte nur noch darauf, dass der Timer umschlägt und wir damit anfangen können. Der Plan ist, dass wir unsere Pets erstmal schön füttern. Also wir haben hier drei Schattenfrüchte, drei Lichtfrüchte und zwei Erdbeeren. Die werden wir schnell verfüttern und dann mal gucken, ob es losgeht. Aber okay, im Gildenportal ist schon der nächste Tag. Hier allerdings noch nicht. Ah, jetzt. Man muss es erstmal aktualisieren. Irgendwas in der Petting machen, dann geht es. Vielleicht lag es da dran. So, schnell unsere Tinky gefüttert und dennoch schnell den Wurm gefüttert. Der Wurm ist auch wichtig, aber da komme ich gleich noch zu. So, dann noch hier unseren Feuer, was ist das? Pyro, Dingsbums gefüttert. Und jetzt gucken wir, wen wir angreifen. Der hat 16 Pet Level, drei Pets. Das heißt, sein höchstes Pet kann maximal Stufe 14 sein. Und dann kann ich da auch mit meinen ganz schlechten Pets angreifen. Und das schlechteste Pet, was ich habe, ist das Erd-Pet, weil das ist nur Stufe 16. Und das sollte eigentlich locker, ja, 16 gegen 12 sollte passen. Wir können auch ausweichen, was er nicht kann. Von daher gucken wir uns mal an, was da rauskam. Eine lecker Frucht. Sehr schön. Können wir gleich weiter verfüttern. Und 24. Hat vier Pets, das heißt, das höchste Pet könnte Stufe 20 sein. Womit gehen wir da am besten rein? Wir könnten mit dem Wasser jetzt angreifen, das ist glaube ich zu knapp. Also entweder Schatten oder Licht, die sind höher. Ich glaube, Schatten müsste ausreichen. Licht heben wir uns lieber auf für einen, der dann noch stärker gucken könnte. Und da haben wir schon einen Stufe 7, also das sollte locker laufen. Genau. Brauchen wir uns nicht weiter antun. Und das Ding haben wir locker in der Tasche und können unser Krokodil nochmal füttern. So, 18 Pets, das heißt, der hat maximal Stufe 16. Und da können wir mit dem Feuer-Pet eigentlich rein, würde ich sagen. Erde. Ne, Erde hatten wir ja schon. Oder? Ja, also greifen wir am besten mit unserem Feuer-Pet an. Würde ich sagen. Und, ähm, ja, ne, Erde geht ja nicht. Von daher müssen wir da mit Feuer ran. Wasser war, glaube ich, auch höher. Ne, Wasser können wir noch skillen, genau. Von daher gehen wir da mit Feuer rein. Sollte locker passen. Ja, kostet zwar leider jetzt vier Pilze, wenn man es immer um 0 Uhr macht, aber dafür sind die Gegner noch nicht so stark. Und das ist mir jetzt in den ersten Tagen nochmal das Wert. Ich denke mal, nächste Woche wird es ein bisschen anders aussehen. Da gehen wir noch ein bisschen ruhiger an. So, der hat drei Pets, das heißt, sein Pad könnte maximal Stufe 17 sein. Das sollte locker mit Wasser machbar sein. Und dann haben wir jetzt noch unser stärkstes Pad noch übrig. Wir haben jetzt noch unser Licht und damit können wir einfach angreifen. Da sollte nichts sein. Okay, der war jetzt Stufe 21 insgesamt, hat hier ein 18er und da kommen noch zwei. Ah, die Tinky rotzt die alle weg. Die können da nichts. Und damit hätten wir alles gewonnen und haben noch zwei Früchte übrig. Das ist sehr schön. Aber wir haben nach 0 Uhr und wir müssen hier noch, guck mal kurz auf meine Notiz gucken, genau, Schatten müssen wir machen, das Schattenhabitat und mal gucken, wie viele Pilze wir da einsetzen müssen, um den Kampf zu gewinnen. Wir haben weniger Hauptattribute, weniger Ausdauer, weniger Glück, ein bisschen mehr Leben. Aber er ist magier. Oh, das könnte, ja, was für ein glücklicher Crit, gleich im First Try. Okay, das heißt, wir können jetzt unten dieses Ding in der Quest finden. Wir gucken mal auch gleich, ob, was machen wir mal, Schwarzwasser-Dings. Gucken wir mal, ob das dabei ist. Nee, leider nicht. Na, dann queste ich jetzt mal noch ein Stündchen und hoffe, dass der kommt. Ich melde mich gleich wieder. Bis dann. Und, ja, nee, bis dann. Ich mache ja noch. So, da bin ich auch wieder. Es hat sich seit soeben einiges getan. Hier im Video nicht, aber bei mir im richtigen Leben schon. Es sind ein paar Stündchen vergangen und wir gucken gleich mal. Ui, die Quest gibt ja richtig schön XP. So, bei den Pets. Schatten war ja wichtig. Also, wie ihr seht, ich habe noch jede Menge Flauben gefunden. Irgendwie kommt es mir auch so vor, als würden dann immer die Früchte, die unten im PvP sind, auch vermehrt in Quests finden. Ist es bei euch auch so? Wurde mich mal interessieren. So, wir hatten noch Glück. Ich glaube, so kurz vor halb eins hatte ich dann das Pet drin und konnte dann meine Stadtwache anschmeißen und ins Bett gehen. Weil ich wollte ja auch noch ein Lichtpad finden. Und da habe ich auch noch ein paar Kämpfe. Wo haben wir die? Warte mal, ist das von heute? Ist das von gestern? Wieso habe ich... Erstmal die Abenteuer. Genau, hier habe ich es. Da kann ich es euch nochmal beweisen. Da habe ich dann hier in dem Schwarzmoordschungel gekämpft und das schöne Schattenei gefunden. Und dann hat mich auch noch einer angegriffen und wollte auch noch gucken, ob er bei mir da eine schöne Wasserfrucht kriegt. Mit einem 22er Krokodil gegen meine 21er Trixi. Also ein verdammt... Tinky... Verdammt knapper Kampf. Da habe ich... Also gut, ist mir egal. Ich kann ja ruhig verlieren. Kostet mir nichts. Aber... Ich habe auch verloren. Ne, ich habe gewonnen. Stimmt, ich habe ihn mit Wasser verteidigt. Haha. Aber knapp. So, ja, ist ja auch sowieso egal. Ging ja eh nur darum. Der hätte was kriegen können und ich nichts verlieren. So, dann haben wir hier heute Morgen gleich nochmal versucht mit einer 23er Tinky gegen das 18er zu kämpfen. Wir haben immer noch schlechtere Werte, aber wir hatten genauso viel Glück wie eben schon bei dem Schattendings und haben es im First Try gelegt. Und dann kam auch schon, wie ihr seht hier, knappe zwei Stunden später hatte ich dann endlich auch die Quest mit dem Schlickermoor oder wie das Ding hier heißt. Und die Beute ist wichtig. Da gab es das Ei. Und das Ei haben wir auch schon ausgebrütet. Es sieht so aus und ist dabei und gibt uns halt nochmal einen schönen Bonus. Und jetzt ist die auch wieder ein bisschen stärker geworden. Ja, dann habe ich jetzt, glaube ich, auch noch... Wo hatte ich noch einen Kampf gemacht? Bei Feuer hatte ich, glaube ich, noch einen Pet-Kampf gemacht. Da habe ich noch hier was gewonnen gehabt. Ja, die Frage ist, wo kämpfen wir jetzt? Weil eigentlich will ich mir mein Inventar auch nicht vollhauen mit irgendwelchen sinnlosen Sachen. Aber ich glaube, das Wasser habe ich... Da haben wir eigentlich schon genug. Aber wo will ich jetzt sonst meine Free-Tries machen? Warte mal, wie viel Alu haben wir denn heute noch? Ist ja nicht mehr so viel. Ach da. Na, weil im Dungeon... Ah, genau. Warum möchte ich keine Kämpfe im Dungeon machen? Wir springen mal ein bisschen. Ihr seht ja hier, ich habe... Gestern hatte ich ja den anderen Typen da besiegt. Den ersten Dungeon-Boss. Und ich meinte ja, die ersten zwei in Osteros sind Free-Loot in der Schattenwelt. Und wie ihr seht, ich komme da auch schon recht weit manchmal. Aber ich kille den einfach manchmal nicht komplett. Das ist echt doof. Hier hätte ich ihn fast wegholen können. Ziehe ihm fast gar nichts ab. Und hier genauso schlecht. Also es ist immer so eine Glückssache, wie oft man da ausweicht. Hier, da hätte er aber wirklich liegen müssen. Noch eins, zwei Schläge. Und dann haben wir hier einen schönen Kampf, wo mein Kundi richtig oft ausgewichen sein muss. Und... Also gucken wir uns nicht, als würde er sonst den Rahmen sprengen. Und ich habe dem zum Glück noch den Rest gegeben. Weil wir haben ja auch noch gesehen, es gab ja auch Kämpfe, wo ich da nicht ganz so viel abgezogen habe. Von daher... Und da ist er weg. Es gab ein paar Schüchen, die gleich in den Müll wandern konnten. Die waren selbst zu schade fürs Klo. So, hier das Ding hatte ich euch, glaube ich, noch gezeigt. Und dann habe ich dann auch mal einfach in der Schattenwelt mal bei dem nächsten Boss, der dann von der Schwierigkeit wieder hinkommen könnte, versucht. Ihr seht ja, da machen die kaum ein Kunden. Die hat schon ein bisschen ausgewichen. Und ich selber habe ihn nicht einmal getroffen. Aber naja. Das ist echt... Naja. Total die Glückssache, wie man die trifft. Und ich glaube, den würde ich jetzt erstmal nicht besiegen. Vielleicht mit genug Tries, aber ich möchte es nicht versuchen. Und bei den Pets möchte ich jetzt... Aber wir können es trotzdem machen, weil bei den Pets möchte ich nicht einen Try machen, weil da müll ich mir sonst nur das Inventar voll. Aber wir machen jetzt nicht in Osteros weiter, weil der hier ist noch viel härter. Und ich glaube, es ist ein Magier. Wir können es uns ja mal einfach angucken. Genau, es ist ein Mage. Hier, ein Schlag. Ein Schlag. Selbst nicht kritisch. Hätte der den weggehauen. Und auch weg. Und hier. Also, schaut euch die Werte an. Ey, das ist... Wenn der zuerst schlägt, dann hat er noch 100% am Ende des Kampfes. Hier, selbst mit sonst wie viel Ausdauer. Der noch mehr rein mit 100% mehr Ausdauerbonus. Wäre ja trotzdem noch fast sinnlos gewesen. Also, den versuche ich erstmal nicht weiter. Der ist im Bar. Aber vielleicht stirbt er ja in der nächsten Staffel Game of Thrones. Die startet ja morgen in den USA. Mal gucken, wann ich es schaffe, da was zu gucken. So, erstmal noch schnell hier einen Kampf machen. Wir wollen ja immer noch auf Platz 1. Wir greifen mal den hier an. Der ist zwar schwerer zu besiegen, aber wenn wir es schaffen, sind wir auf Platz 1. Tada! So. Pets, genau. Ich habe mal auch geguckt. Morgen könnte ich, selbst wenn ich neue Pets besiegen könnte, von meiner Stärke her, würde ich nichts Neues freischalten können. Das nächste wäre erst ein Montag. Von daher muss ich mich jetzt erstmal hier nicht hetzen. Ich werde versuchen, die ganz gemütlich zu füttern und gut ist. Einer hat unter meinen Videos geschrieben, er hätte gerne mal, dass ich ihm erkläre, was hier oben für ein komischer Edelstein mit mir rumliegt. Das sind die schwarzen Edelsteine. Die kamen Anfang des Jahres, wurden die implementiert. Und die geben plus alles auf... Also die normalen geben ja immer hier plus ein Attribut, also entweder Stärke, Ausdauer, Glück und so weiter. Und das ist halt jetzt ein mittlerer, also nicht mal der gute, aber den hebe ich mir trotzdem auf für Epic Event morgen, weil morgen wird richtig fett geblättert. Da wollen wir hier mal schön uns neu ausstatten. Und wie ihr seht, ich habe hier auch ein paar reingesockelt. Und die geben halt wirklich auf alle fünf Attribute einen ordentlichen Wert. Der Wert, den die geben, ist halb so hoch wie von einem normalen Edelstein, der jetzt zum Beispiel nur Ausdauer oder Intelligenz oder sowas dazu gibt. Aber halt auf alle Attribute. Von daher finde ich die ehrlich gesagt besser. Also ich mache mir lieber die schwarzen rein, wie jetzt ein Ausdauer oder ein Geschick, weil ich halt gratis dazu noch das Glück kriege. Und halt die anderen Sekundärattribute, die ich noch für die Verteidigung mit reinnehmen kann. Von daher ist der eigentlich besser. In bestimmten Situationen sind natürlich Geschicksteine, also die Hauptattributsteine besser, wenn man jetzt gegen jemanden kämpft, der die eigene Klasse hat und nicht vom Level her super hoch ist, dass man ihn sowieso schon mit 50% krittet. Aber ich will auch nicht weiter auf Glück skillen. Da bin ich ja noch recht niedrig eigentlich mit dem Wert. Aber das reicht trotzdem aus, um 50% Krit bis sonst wann zu haben. Das erstmal nur kurz dazu. Da wurde ich halt gefragt. Deshalb ist das hiermit erklärt. Ja, ich spare mir hier auch die großen Edelsteine, aber ich glaube, da werde ich mal trotzdem welche sockeln, weil das Aufheben bringt mir da, glaube ich, nicht so viel. Wir gucken mal, was hier der Schlechteste ist, den er hat. 468, 482, nee, 86 war es. Dann müssen wir den hier in den Helm reinsetzen. So, dann geht hier gleich der Schaden ein bisschen hoch. Ja, 7000 mehr Schaden, immerhin. Und dasselbe können wir auch noch bei unserem Magier machen. Was haben wir hier? Ah ja, stimmt, es ist nur ein kleiner, stimmt. Das Ding war gestern ausgewechselt, da muss ich gar nicht lange suchen. Da kann der Stein rein. So, und dann haben wir jetzt auch wieder ein bisschen Platz hier, weil ich hebe mir noch einen kleinen Edelstein auf, aus dem Grund, dass ich hier morgen das Ding ins Klo werfen kann. Dann habe ich genau 1000 Aura und kann ziehen. Und deshalb blättern wir auch erst morgen und nicht heute zum Epic Event, weil morgen habe ich dann die Aura noch komplett und kann dann halt bessere Gegenstände finden. Und bis morgen schaffe ich auf jeden Fall auch noch ein Level ab. Also, da werde ich dann morgen ein bisschen questen. Ich habe ja heute auch noch ein bisschen was. Wenn vielleicht noch ein Pet-Habitat liegt, dann ist das ein Level auf jeden Fall sicher. Aber ich glaube, das schaffe ich auch ganz normal, da ich ja jetzt den Lannister Linkshänder da auch noch besiegt hatte. Ja, das sollte eigentlich so locker passen. Deshalb hebe ich mir auch hier zwei Edelsteine auf, dass wenn ich zwei gute Items mit Sockel finde, die dann gleich sockeln kann. Und vielleicht kommt ja auch noch ein dritter oder vierter Edelstein dazu. Würde ich mich sehr darüber freuen. Am besten natürlich ein großer, schwarzer. Man guckt, der hier hat schon 254. Und das Beste, was ich hier an schwarzen Edelsteinen drin habe, hier, das ist auch ein großer, ist alles noch ein bisschen... Oh, nee, doch, der hier ist einiges besser. Also, ein Gürtel würde ich mir nicht austauschen wollen. Aber wie ich mein Glück kenne, finde ich natürlich als erstes ein Gürtel mit Sockel. Aber kein Ring und kein Helm. Also, die zwei Sachen, Ring und Helm, würde ich gerne austauschen. Der Rest ist nicht so wichtig. Waffe wäre natürlich immer schön. Aber muss nicht unbedingt sein. Also, aber die zwei. Aber das ist eigentlich auch egal. Also, eigentlich muss ich auch gar nicht so viel beim Epic-Event machen. Aber ein bisschen blättern wir mal. Aber da besprechen wir das morgen dann in Ruhe weiter. Dann machen wir hier erstmal die zwei Sekunden noch, bis die Quest da ist. Und ein Gürtel. Ich glaube, den können wir heute auch bei der Hexe abgeben. Ja, schöne Quest. Gucken wir gleich mal nach. Ich glaube, da waren heute Gürtel. Genau. Und da haben wir vier Millionen. Tada. So, denn Glücksrad, da wurde ich gestern gefragt, wie ich schneller die Drehdinger überspringe. Das macht man hier mit Sequenz ausschalten. Aber ich möchte mich auch noch mal recht herzlich bei allen Leuten, die immer unter meinen Videos posten und diskutieren bedanken. Also, ihr helft euch ja da auch gegenseitig. Ihr gebt da gegenseitig immer schon Antworten. Finde ich echt super toll von euch. Und ja, ich soll wohl gestern 15 Pilze gekriegt haben und mich nicht darüber gefreut haben. Ich freue mich halt mehr über Stein. Oh, 10 Millionen Gold. Da freue ich mich auch drüber. Und Stein haben wir für heute das Soll erfüllt und können auch ein paar mal drehen. Ein paar Stiefelchen und nochmal Stein. Sehr geil. Und eine Halskette und ein bisschen XP. So muss das laufen. Aber das können wir hier, glaube ich, gleich wieder verkaufen. Dann haben wir Platz im Inventar. Und noch Skillen. Ja, Steine. Das läuft richtig gut jetzt. Wir brauchen nur noch zweieinhalb Millionen. Wenn ich die nächsten drei Tage genauso gut drehe, dann kann ich dann, wenn das Ding fertig wird, gleich Festung 17 anwerfen. Und wenn Festung 17 läuft, dann ist mir alles egal. Weil wenn mich dann einer plündert, ist es sowas von Wurst. Weil ich kriege dann über das Glücksrad so viele Ressourcen rein. Das verdoppelt sich dann noch mal fast. Dann müsste ich nicht 180.000 Steinen, sondern ich glaube zwischen 250 und 300 müssen es dann etwa sein. Aber 1000 richtig viel. Und da bin ich dann erstmal sicher. Und ich habe ja dann auch genug andere Sachen, die ich dann auch nachziehen kann im Bau. Auch Verteidigung. Da kann ich meine Mauer auf 17 hoch bauen und ich möchte nicht wissen, welches Level das ist. Das stimmt dann unüberwindbar. Überwindbar. Ja, ähm, Gildenportal gucken wir auch mal schon rein. Was war hier an Schaden raus? Oh, da wird es heute nicht gut. Na okay, zweimal gekrittet. War dann doch gar nicht mal so schlecht. 14 Millionen. Ach, ganz knapp unter den Toli. Aber hier oben die anderen. Na, Platz 2 von denen, die ja in den letzten 2-3 Stunden hier gekämpft haben. So, und Singleportal haben wir auch. Das ist auf 83% hoch. Und da schauen wir auch gleich mal rein. Ähm, da fällt mir ein, vielleicht hätte ich doch noch einen Kampf machen können. Dann hätte ich mehr hier raushauen können. Aber wir haben die Prozentdürmer gehalten. Das war was. Wo könnte ich... Weil stimmt ja, wenn ich die... Ach nee, die Pads geben ja erst den Bonus, wenn ich sie nicht freigeschaltet habe, sondern wenn ich sie hier auch mit AI gefunden habe. Von daher bringt das Besiegen von dem Feuergegner oder dem Wassergegner nichts. Und Wasser ist ja sowieso Stärke. Und Stärkegegner habe ich zur Zeit keine großartig. Aber ist ja sowieso egal, weil es nicht geht. Ja, morgen haben wir dann wieder Schatten. Da haben wir noch 2. Und da kommt dann ordentlich was dazu. Von daher wird morgen mein Inventar so richtig voll sein. Ähm, das wird echt eng. Also ich kann morgen 3 Früchte hiervon ausgeben, 3 davon. Und die 2 kommen weg. Aber es kommen höchstwahrscheinlich auch wieder 5 Stück hinzu. Wovon ich eine noch verfüttere. Also ich habe dann auf jeden Fall 4 Schattenfrüchte. Eine hiervon, was 5 Plätze sind. Und noch 2 hiervon, schon mal 7 Plätze belegt. Dann, ähm, wollte ich auch noch 8 Epics sammeln. Ähm, 7 plus 8 heißt, mein Inventar ist so gut wie voll. Also von daher muss ich echt gucken, ob ich das mit den Epics mache. Oder lieber erstmal mir den Platz frei halte für die Früchte. Und darauf dann verzichte jetzt, ähm, bis zum nächsten Epik Event wieder die Aura voll zu kriegen. Ähm, im Klo. Weil das würde ich ja schaffen, wenn ich 8 Epics reinwerfe und dann immer einen Edelstein. Aber da werde ich mir mal morgen darüber Gedanken machen. Erstmal gucken, ob überhaupt Epics kommen. Ähm, ich kenne ja mein Glück manchmal beim Blättern. Von daher, wer weiß, wer weiß. So, hier klicken wir jetzt schön mal das Video an und wechseln den Server. Da sind wir jetzt hier auf meinen, ähm, Server mit der ganzen Level 1er. Da haben mich auch schon einige angegriffen. Na, ups, hier. Und ich habe auch schon verloren. Zweimal. Ja. Von daher, ähm, gibt es da schon eine gute Tendenz. Ui, neue Waffe. Hehe, ja, knapp überlegt. Die Kämpfe können wir uns ja mal einfach mal angucken. So, wir gehen mal hier alle durch und wir schauen uns mal die Kämpfe an, wie die gelaufen sind. Okay, er hat gekrittet und ich habe ihn weggehauen. Ja, das ist immer hier eigentlich so, wer gewinnt, äh, wer beginnt, gewinnt. Ui. Also, ich hau ein bisschen mehr Schaden raus, aber er krittet, naja, okay, er hat aber auch viel mehr Leben. Ne. Da habe ich glasklar verloren. Ah, ne, okay, das ist der Falsche. Da wollen wir hin. Ah, wenn man Wurstfinger hat, sollte man keine Computerspiele spielen. Wow. One Hit. So, dann haben wir hier noch den Level 1er. Das sah schön aus. Und weg ist er. Ha. Tut mir leid, wenn ich mich da freue, aber ich gewinne halt gerne. Okay. Dafür konnte ich hier absolut nichts machen. Das war echt bumm weg. Okay, hier scheint es schon... Na auch... Oh, wenn du vielleicht zwei, drei Punkte mehr Ausdauer gehabt hättest, hättest du noch einen zweiten Schlag machen können. Also, von daher, bleib dran. Skill weiter. Es war knapp. Wir machen sowas bestimmt nochmal. Und... Ui, Tatsache. Sechs HP überlebt. So, dann. Nochmal Level 1, diesmal ausgeschrieben. Boah. Das tut mir echt leid. Aber du hast auch von den Attributen her noch nicht ganz so viel. Wenn man guckt, ich habe hier auch relativ viel Stärke und du wenig Intelligenz. Wenn du ein bisschen mehr Intelligenz machst, mache ich bei dir auch weniger Schaden. Nur so als Tippschen. Ja, denn können wir hier noch am Glücksrad drehen. Kriegen wieder Stein. Juhu. Gucken mal, was es hier so gibt. Da können wir uns noch einen Trank holen. Nix dabei. Sechs Stärke brauchen wir nicht. Sechs Stärke schon, aber keine Sechs Stärke. Hier hatte ich auch schon geguckt, da war diesmal... Ich kann ja mal kurz abbrechen. Erzählen ist ja immer gut, zeigen ist besser. Hier so ein Schnurrbärtchen dabei mit zwei Intelligenz. Was ja hier in das Ding reinkommt, was nicht in dem Zauberladen kommen kann. Aber es sind nur plus zwei und ich will plus sechs. Ich kann ja nicht schon endlich viele Quests machen. Von daher darf ich das Ding leider nicht annehmen. Aber da wir jetzt schon mal die Stadtwache abgebrochen haben, mache ich noch schnell einen Kampf. Kriegen ja wenigstens noch ein Göttchen. Und können die Stadtwache wieder anmachen, weil jetzt geht es erstmal... Ach, machen wir so. Gleich raus zum 500 Jahre Reinheitsgebot. Also für alle, die schon... Ei, Welt 7. Muss ich noch irgendwas sagen. Der Server, also ein unstabileres Ding, habe ich noch nie gesehen. Das andere und da mal abkacken. Festung hier läuft recht gut. Wir wurden nicht angegriffen, baut schön aus. Gold fehlt mir natürlich, weil ich immer zu verplant bin, mich hier einzuloggen und das Gold abzuholen. Aber es passt soweit. Wir wurden, glaube ich, auch nicht so oft angegriffen. Nö, einer hat es gestern noch versucht. Da können wir mal gucken. Der hat, oh, naja, fast so viel Leben wie wir. Aber viel weniger Stärke und viel weniger Glück. Von daher sollte das Ding locker nach Hause gebracht worden sein. Wie wir sehen, ja. So, hier brauchen wir auf jeden Fall auch keine Filmchen gucken. Dann hat mich noch jemand gefragt, hier die Seite mit den Übersichten für die ganzen Pads. Wo ist es denn? Das ist hier das MMO Fan Mag. Das steht auch in der News im Forum mit drin, die genaue Adresse. Und da könnt ihr hier einfach mal reingucken. Das ist shakes-and-fidget.mmofanmag.com Und da könnt ihr dann weitergehen über den News hier, Tipps zu den Pads. Und da stehen hier nochmal alle Sachen drin, auch mit den ganzen Uhrzeiten und den Jahreszeiten. Da kam ja gestern auch nochmal eine offizielle, ach, die wollte ich noch zeigen im Forum. Mal gucken, ob ich die auf die Schnelle finde. Da hatte mir nicht der Kotti noch was Schönes gepostet. Also hier nochmal eine kleine Erklärung zu den ganzen Sachen auf Fan Mag. Weil ja da auch gefragt wurde, ja, was ist jetzt eigentlich so vormittags? Weil das ist mit den Wochentagen gemeint. Das ist ja nochmal ganz ausführlich erklärt. Also Tag ist immer genau von 6 bis 18 Uhr, hatte ich ja schon mal gesagt. Nachts dann von 8 bis 6 Uhr. Geisterstunde ist von 0 Uhr bis 0.59 Uhr und es zählt immer der Zeitpunkt, wenn die Quest abgegeben wird. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel diese Quest habt, so wie ich, wo man dieses Schattenpad, was man nur zur Geisterstunde finden kann, habt, dann könnt ihr auch, wenn ihr wollt, die Quest so lange aufheben, dass ihr die abgebt oder abgeholt wird nach 0 Uhr. Wurde sich natürlich bei Leuten anbieten, die jetzt nicht unbedingt 300 Alu spielen, sondern sagen, okay, ich habe jetzt meine 100 Alu durch und da sind jetzt nur noch, was weiß ich, 10 Alu oder 5 Alu, die dadurch verloren gehen. Aber ich kriege halt dieses scheiß Pad, weil ich will es jetzt am Wochenende haben. Und in einer Woche kann ich eh nicht bis zur Geisterstunde warten und eine ganze Woche warten wäre total doof. Denn könnte man sowas machen. Fand ich nochmal ganz schön, dass da nochmal so ein bisschen ausführlicher erklärt wurde. Die wird genommen. Das Ganze heißt hier Pad, Zeitplan, Voraussetzungen, ein bisschen erläutert. Dann nochmal genau zu welchen Monaten was gefunden wird, also welche Jahreszeiten da rein zählen. Hier die Store werden halt, also in den Läden wird es halt genauso gefunden wie Dungeon-Schlüssel, Sammelalbum, also für Gold. Sollte nicht für Pilze sein, wenn dann ist es ein Fehler. Freitag der 13. ist halt Freitag der 13. Neujahr und Silvester sind halt die zwei Tage. Valentinstag ist der 14.2., 1. April dann. Ostern ist ein bisschen anders. Da ist bereits von Karfreitag, also vom Freitag 0 Uhr bis Ostermontag 23.59 Uhr. Das zählt alles als Ostern. Pfingsten hingegen ist nur Pfingstsonntag gemeint und nicht Pfingstmontag, was ja auch ein Feiertag ist. Von daher, ja, müsst, solltet ihr da auch drauf achten. Denn der Shakes & Fidget Geburtstag ist der 22.6., dass man es genau weiß, aber da wird bestimmt dann auch immer nochmal was kommen. Was er auch geschrieben hat, er wird dann höchstwahrscheinlich immer nochmal in den News irgendwas reinschreiben, wenn bestimmte Pads zu Events oder so zu finden sind, dass die Leute da nochmal Bescheid wissen und darüber informiert werden. Das werde ich dann natürlich auch nochmal extra machen. Also heute ist zum Beispiel, so habe ich ja gesagt, ich kann dieses Schattenpad finden und das Lichtpad, weil das nur am Samstag gefunden werden konnte. Dieses, wo haben wir es, hier, das Ding kann nur samstags gefunden werden und deshalb war ich da auch so hinterher, das heute, also samstagstags über, also von 6 bis 18 Uhr. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann nochmal hier, Halloween ist der ganze Oktober, Weihnachten der ganze Dezember. Die XP Gold Events sind halt immer dann, wenn die Events aktiv sind. Mit der Toilette wird es so sein. Also genau, weiß er es immer noch nicht, er schreibt das bei den nächsten Themen auch immer, er vermutet es. Also ich gebe es erst mal so raus und ob es wirklich stimmt, erfahren wir denn, wenn es soweit ist. Das ist, also wenn ihr Aura 20 habt, wird das Pad automatisch freigeschaltet. Das ist seine Vermutung und es sollte auch so sein, nicht dass es dann durchs Klo kommt oder so. Genauso ist es dann auch, wenn man das Portal beendet, den Turm beendet hat, den 14. Dungeon in Osteros in der Lichtwelt geschafft hat oder die Schattenwelt bemeistert hat, was natürlich höchstwahrscheinlich auch Osteros in der Schattenwelt sein wird. Mine Stufe 20 sollte genauso sein, dass es dann freigeschaltet wird, wenn ihr eure Mine auf Stufe 20 habt. Dann kriegt ihr das Ding automatisch. Denn in den Top-Spieler ist es so, dass es dann halt gefunden werden kann, wenn ihr diese Bedingung erfüllt, während die Quest abgeholt wird. Also genauso wie mit dem Ding Zur Geisterstunde ist es immer der Punkt wichtig, wann ihr die Quest beendet. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt gerade da knapp an dem Rang sein solltet, weil ihr auf S1 spielt oder so und ihr habt die Quest, wo das Pad droppen kann, macht die zu Ende und also holt, also ihr seht schon, dass eure Taverne jetzt hier so wie bei mir hier oben blinkt, aber ihr macht jetzt nicht so wie ich, geht da rauf und holt es ab, sondern ihr macht dann erst mal, was weiß ich, ein bisschen Arena so lange, bis ihr da oben in den Top 1000 seid, um das Pad dann gleich nach der Quest zu bekommen. Das wäre mein Tipp dafür. Denn Gilde und Festungsehrenhalle sowie Pad-Ehrenhalle ist ganz genauso und bei den Habitaten ist es so, sobald man die 20. Ebene geschafft hat, wird es automatisch freigeschaltet, also da bekommt man vielleicht trotzdem noch eine Frucht für das 20. Habitat und dann ist das Pad automatisch da. Also die 20. Pads werden nicht wie die anderen 19 erstmal so ausgegraut angezeigt, so wie hier, sondern sind dann gleich da, wenn man das Ding besiegt hat. So einfach ist das. Ich hoffe, das hat euch erstmal jetzt so ein bisschen informiert und geholfen, bevor ich hier wieder zweimal 30, 40 Minuten quatsche und außerdem bin ich noch ein bisschen unterhopft und muss los. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Samstag, macht was draus und morgen wird richtig heftig geblättert. Bis dann, tschüss!